Was geht an YouTube? Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Survival Games mit Trimix und paar Platte. Wir spielen heute Brawl Stars, gehen in den Ranked rein. Viel Spaß mit dem Video. Ja, äh, Piper, wenn du Melody gut spielst auf der Map, kannst du mit der abgehen. Dann mach ich Melody. Okay, wir tryharden, ja? Ja, 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 seh. Lass uns einfach gewinnen. Die Map geht auf. Am Anfang machen wir ruhig, dann geht die Map auf. Warum bist du Gold, Kevin? Ein bisschen gedaddelt. Ich bin Gold jetzt. Ja, ich hab privat, äh, hab ich Gold gespielt. Wegen, wir haben überall gespielt. Wir haben, als wir bei dem Red Bull Dings waren, Dodgeball, haben wir gezockt. Ey, Achtung, links auf mir. Ja, hab einen. Nice, hol noch einen, super. Ja, ich glaube, es gibt minimal, so einmal pro Minute gibt's so ein kleines Frame, was droppt bei dieser Übertragung, wo ich hab'n richtig Bösen bekommen. Aber ansonsten sollte es geil sein. Haben noch einen. Nice. Alter, sonst müsste ich mehr Kabel holen wie Hugo. Das hätte ich jetzt aber spontan nicht geschafft. Ich bin tot. Ihr müsst alle zusammen rein, auf gar keinen Fall jetzt sterben. Hugo sind... Ich hab einen. Ist das Volker das Ruffe? Du musst gleich mal meinen Gameloud leiser machen, das ist crazy laut, Junge. Das ist doch geil. Schön. Das haben wir. Weg mit dem. Das sind doch Bots, oder? Ne, das sind keine Bots. Nein. Ja, okay, komm, Junge. Alter. Ja, Junge, Alter, wir sind so heftig gerade. Ich schneiden die komplett raus, wenn sie kommen. What the fuck? Einer muss eigentlich immer drinnen bleiben, das muss eigentlich Melody machen. Oh, das war's. GG. Ich bin leider low ein bisschen. Einer muss immer... Ja, das ist easy. Nice. Easy win, Bro. Easy win. Oh, meiste Takedowns? Was ist das denn? Ja, aber es hat trotzdem den wenigsten Schaden halt, ne? Also hast du ja die Nachzins gemacht. Ja, okay, krass. Wenn man jetzt Brawl macht, einmal klickt, einmal auf den Bildschirm, Bro, wenn die noch Low HP haben. Stark. Ich brawle kurz auf Toilette weiter, aber wir können gerne... Ja, das ist smart. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was kannst du machen, ist die Frage. Sag du's mir. Wenn ich jetzt sage, ich spiel Dynamite, haben wir automatisch verloren. Ich spiel Melody dann. Aber gut, die Gegner haben Dynamite, Spike und Bibi, das... Die Gegner haben auf jeden Fall Matchup. Oh, wem Early kill, wichtig. Du musst immer rein, du musst rein. Sehr gut. Könnte... Oh, schade. Ich bin so lange dringend geblieben, wie ich konnte. Oh, beide getroffen, geil. Richtig. Aber ich bin da. Nice. Bro, Piper war ein scheiß Pick, aber ich wusste nicht, was ich sonst picken soll. Ist okay, du hast dieses Gift. Wenn du sie regelmäßig snipest, haben die halt einfach fucking Gift drauf. Das ist nicht verkehrt. Fuck. Digga, ich hab ne Vermutung. Was ist deine Vermutung? Hier spielt einfach Brawler, die mehr Damage machen. Melody als den höchsten. Das stimmt nicht. Doch, weil du hast keine Attacks. Oh mein Gott, ich bin eben so schlecht. Nice. Rein, 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 rein. Wir liegen hinten. Komm, jetzt drinnen bleiben. Hoch rein, spät angreifen erst. Ich hab einmal Damage Reflected. Ja, die haben halt nen fucking Werfer. Na, jetzt kommt Bibi. Fuck. Es sieht düster aus. Es sieht düster aus. Es sieht düster aus. Boah, auf einmal. Güte bei uns im Discord. Nice. Einer muss immer drinnen bleiben. Sehr gut, Hugo. Schön drinnen bleiben. Hast du auch Five at Play? Nein, die waren kannst du von denen nicht wegmachen, aber guter Versuch. Ja, GG. Das war's. Einer muss immer drinnen bleiben. Low, ich bin low, ich bin low. Ja, dann ist Arsch jetzt. Ich muss heilen, ich muss heilen. Wir müssen rein, wir müssen rein, wir müssen rein. Das ist durch. Low halt. Du schießt immer, du musst auch mal ab und zu heilen. Du bist zu, ähm... Ja, guck mal, wenn... Deine Auto-Attacks sind okay, aber mach mal lieber full live und dann gehst du ganz rein. Ja, aber guck mal, wenn ich nicht reingehe, dann sagst du, ja wo ist Melody, die muss mal wieder reingehen. Weißt du? Nee, du schießt die ganze Zeit dann hinten und machst so kleine Mist-Angriffe, die nichts bringen. Okay. Ey, Leute, ich hab schon... Also bis jetzt läuft's nicht so gut. Wir haben jetzt plus minus null Rank-Punkte gegangt, glaub ich. Oh, das geht genauso los wieder. Oh Gott. Ja, ja, wir bräuchten eigentlich... Eigentlich müsstest du auch sowas wie ne Bibi können. Bibi ist Beauty Palace. Nee, einfach Bibi aus Brawl Stars. Achso. Und außerdem heißt sie jetzt Bianca. Oh, du hast recht. Stimmt. Stimmt, sie heißt jetzt Bianca und sie hat sie so mäßig zu sich selber gefunden, ne? Naturgirl-mäßig jetzt. Naturgirl-mäßig? Ja doch, oder? Oder ist das schon so? Ist schon so denn? Man, wie sagt man das denn? Naturgirl? Was soll das denn sein? Man, so mäßig halt so... Sie wirkt so mehr mit der Natur jetzt. Gabelkill. Schön. Sehr gut, Max. Uro pennt. Sehr gut, Uro. Uro pennt nicht. Alter! Ja, jetzt auf einmal alle Hater erstummt. Haltet sie auf, haltet sie auf. Haben wir, haben wir. Haben wir, haben wir. Easy, easy, easy. War aus Versehen von mir, sorry. Alles calculated, Leute. Kein Stress. Ich hab nen Plan, lass dich mal kochen. Ich pass, ich pass, ich pass. Gibt ihr mal was? Verschtszahl. Schön. Tabickel, rein! Töten! 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 Ja, so ist es. Alter, hab ich die eingesaugt! Nein! Ja! Aber wer hat dich zwei Tore geschossen? Oh, du ekelhafte Paparatte, Digga. Nice. まず... Ich bin Fastkten 2. Digga, wie viel hasst du geduddelt? Ich spiel auch jeden Tag Clash of Clean. Cry39,998,998. Danke, was mein Clash of Clean's drauf macht. Ich check auch überraschend oft deinen Clash of Clansdorf. Bro, warum? Warum? Ich check das immer so. Was geht bei den Flattis? Guck ich mir dann so an. Was geht bei den Flattis? Ich muss einen neuen Champ lernen. Ich kann nicht immer nur Piper spielen, oder? Die ist ja aber super. Doch, doch, doch. Aber das ist mein favorite Champ. Real Talk. Ja, ist doch geil. Du musst einen Sniper können, solange wir noch nicht in der Pick-and-Band-Phase sind. Ich mach Mandy, oder? Ich kann mir jemanden verbieten, Piper zu spielen. Du spielst Piper stabil, dann rock die doch. Ich spiel Mandy, oder? Mandy nicht, das ist Knock-Out, du Opfer. Okay, alles klar. Was mach ich da? Ich mach Frank. Digga, es ist also der Hugo. Ja, aber du musst was callen. Ich frag die ganze Zeit und ich krieg keine Antwort. Digga, der ist sauernd gerade. Digga, der macht hier alles weg. Wer ist denn der da rechts? Wer ist denn das? Das ist Grey, der kann sich jederzeit zurechtfauen. Digga, ich hiel den schon wieder. Hugo, du Fides! Oh mein Gott. Jetzt verloren. Jetzt haben wir keinen Tank mehr. Jetzt haben wir keinen Tank mehr. Danke, Hugo. Digga, Hugo, das geht nicht. Das ist... Okay, du nimmst Frank, das ist schon mal Giga-Arschritzer. Ja, Digga, oh mein Gott, jetzt muss ich mit dir reden, Try-Mac. Ich hab dich hundertmal gefragt, weil ich neben so noch keine Antwort gegeben. Konzentriert euch, wir brauchen einen Pick. Wir haben einen Pick, schön. Wir haben den zweiten. Das ist unsere Runde Männer. Ja, ich heal den irgendwie nur. Ich weiß nicht warum, aber ich heal den nur. Wir müssen nur Edgar holen. Daneben. Achtung, Achtung. Hugo, nicht trollen. Ich heil den nicht, ich heil den nicht, Hugo. Ja, aber wie heil ich den denn nicht? Haben wir. Nice, schön. Ey, ist mein Gadget auch... Also soll ich mein Gadget immer usen? Ich hab das... Wenn jemand nah kommt zu dir, glaub ich, ne? Ja, genau. Es ist doch eher so defensiv, wenn mich jemand intagt. Ja, ja. Jo, jo, bring eine... Scheiße, ich bin tot. Oh mein Gott, Gott. Ich hab den aber. Wenn dich hittet, hielt er sich. Achso, er hielt mit Hitten? Wer ist denn der? Der daft. Oh, Digga, den nervt. Wer ist der? Wer ist der? Er ist tot, er ist tot, ja! Er ist gestorben, so ein Loser. Den haben wir, komm. Den haben wir, den haben wir. Den haben wir, Saubär. Alter, wir haben 0-1 hinten, haben dann 2-1 gewonnen. Geil, Hugo, 0-2, wenn es nur um Kills geht. Ich hab mehr Damage als Kevin gemacht. Was willst du von mir? Geht nicht um Damage. Er ist gestorben. Ach, ach, Digga, nee, 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 nee. Jeder Modus ist unterschiedlich. Du verstehst jeden Modus falsch. Das ist crazy. Ich bin Gold 2. Let's go. Nice. Ich nehm Melody. Ich würd hier nicht Pipe annehmen diesmal. Ich nehm hier Dynamike. Nee, 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 nee. Was ist das denn? Oh, mein Gott. Ja, Kevin Klaus-Moi, ja. Das ist die allerschlechteste Dynamike-Map. Ja, Kevin, du bist so dumm, Alter. Digga, du bist so dumm, Kevin. Ich hab viel Damage gemacht. Hugo, jetzt rein. Jetzt musst du rein. Jetzt musst du rein ulten. Du hast doch ult schon, oder? Nee. So, Frank ist dead. So, ich da rein. Off dead. Off dead. Nice, solid. Schön. Sehr gut, kannst direkt rein dribbeln. Nice. Sehr gut. Komm mit, komm mit, komm mit. Weg gemacht. Nein, das hätte so ein Schuppe-Kill werden können. Oh, mein Gott. Sie hat 10 AP. What the fuck? Frank, 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 Hallo. Boah, Junge, Max hat grad Eisbücher. Nice. Krass. Jetzt einfach das Tor machen, Hugo. Ah, scheiße, da wollte ich zu viel. Du hast ult, du kannst krass schießen. Ja, sauber. 2-0, das haben wir. Oh, Hure wieder wenigstens schlafen. Kleck doch, meine Alge. Bro, wie schaffst du das? In Rita machst du irgendwie eine Challenge, irgendwie privat? Bro, guck mal, das Ding ist, das Ding ist, das Ding ist, ihr spielt nur auf... Du Ratte, du Ratte. Ihr spielt nur auf Damage. Ich spiel... Ich hatte Jahre keinen. Ist sogar geil, kehrt die Reihenfolge von Eves Eier geschossen um. Die wollte ich sogar spielen, weil das ist der erste Miststark. What the fuck? Ich hab Max, warum auch immer. Ich hab einen Brawler bekommen. Warum hab ich den Zerender bekommen? Max ist ziemlich geil, der hat ultra viel. Ich glaub, Max ist crazy OP. Wen soll ich picken? Ich weiß es nicht, Leute, das ist hart. Hier geht alles. Ich spiel mal Spike, nur noch mal jetzt. Ja, Spike geht immer. Zwei Diamond Gegner schon. Der Skin ist wirklich cool, Mann. Wie glaubst du, was für einen geilen Skin, ey? Ja, der ist super krass. Ich bin tot. Weil du schnappst dir den Juwel und gehst dann all in. Du darfst den Juwel nicht haben als Mortis. Ich sag, Kevin stimmt zweimal am Zug. Digit, ihr habt recht, Alter. Ich kann ihn nicht spielen. Ey, der will ich dann close ist und ich kann ihn treffen. Will ich ihn dann mit meiner Auto-Attack direkt treffen? Die spielen fucking gut. Will ich direkt in ihn reinwerfen, sozusagen? Da, Wickel. Jetzt einsammeln, Leute. Einsammeln, einsammeln. Oh, Kevin ist gegen den Zug geballert. Scheiße. Da habt ihr mich erwischt. Okay, aber wir haben sie, wir haben sie. Ich hab alle, das ist dumm. Alles gut, alles gut. Ich kann ja gar nicht reingehen jetzt, oder? Ja, weil es macht keinen Sinn mehr. Also, wenn du die Dinger hast, haben wir automatisch verloren. Dann kannst du nicht mehr reingehen. Nein! Oh, schön. Nice. Digga, Spike ist ja über-op. Spike ist geil. Nice. Hast du noch meine Ulti nochmal? Nice, du bist getroffen. Geil, geil, geil. Hä, aber du bist gleich dead. Baller da rein, baller da rein, baller da rein. Naja, bin ich nicht. Alles gut, du sammelst das doch ein. Okay, chill. Rückzug, Rückzug, wir brauchen noch einen. Rückzug, Rückzug, ich hab. Nice, Hugo, nice. Schön, Bruder, das haben wir, das Easy Win. Ich glaube, das ist die erste Runde, wo Hugo echt viel gut spielt. Ja, ja, das war gut. Aber Damage wird trotzdem wieder low sein. Nee, war okay, da hat sich die Dinger gehalten, das ist gut. Das war gut. Und zurück. Warum 15? Bringt doch nichts. Hä, wie der zweite? Ja, aber das sieht cool aus. Ja, wieder den lowsten Damage, alles wie immer. Was laberst du denn, Papaplatte? Gute Runde. Hätt sie gehalten, das reicht. Ich bin Gold. Alter, wie schnell steigen wir auf? Mythisch Starjob. Ich mach auf. El Primo, Suplex Supplement. Was heißt das? Weiß ich nicht. Hab einen. Nice, der war gut. Schön. Sehr schön. Der war geil. Es ist nicht meine Runde, Männer, ihr müsst das gerade ein bisschen carryen. Ja, so lange sie nicht stirbt, da ist gut. Nice. Hugo rückt, du hast doch gar nicht full life. Du hast gar kein Versterben. Immer wieder full life. Trous low, Trous low. Weißt, es geht alles kaputt. Ja, ja, deswegen sind wir, deswegen haben wir so viel Range. Trous tot? Äh, wenig. Oha, in 88 AP, Bro. Nice. Du hast ihn schön, schön Max. Ja, ja, ich hab ihn mit meiner ulti cool. Scheiße, scheiße. Nice, guter Reflex, sehr gut Hugo. Da kannst du immer Auto taben, dann trifft der safe. Der war schnell. Oh, Volltreffer, die Sau. Oh, ich muss nicht, ich muss gehalten. Nein. Scheiße, das ist ganz, ganz schlecht. Stell dich vor, Stell dich vor, Hugo, du hast mit dem Mund am Anfang. Oh, scheiße, das riecht. Versuch was. Oh, ich hab was geschafft. Komm, Männer, wir haben 16 Sternenstunden. Einen Kill doch, einen noch rumbringen, dann haben wir es. Oh, greift an. Nice. Sauber. Höchster Schaden, wo sind die Hater? Ich hör sie nicht mehr. Das, da muss ich wirklich sagen, das war meine Schuld hier gerade. Aber wir haben es ja trotzdem, wir haben es ja trotzdem gold. Gute Arbeit. Ich spiel jetzt, Max. Hier ist deine Melody ganz gut. Hä, wie sollst du nicht Melody genommen? Du hast Mandy genommen. Hä, echt? Ach, halt's Maul, die sehen gleich aus. Kickst du mal genau falsch rum. Oh, mein Gott, Digga, das hab ich echt nicht gesehen. Okay, was mach ich mit Spike, wenn so ein Edgar auf mich drauf... Einfach Auto-Tap, du machst ein Heiden-Damage. Okay. Und wahrscheinlich meinen Cut-Dich-Placen, oder? Hugo, das war einfach gefeadet. Ja, wir haben halt keinen, der da reingeht. Das war, glaube ich, krass. Ja, hast du da reingeholtet, das ist over. Wir haben eine Mandy im Team, da geht nichts. Was geht denn eigentlich bei diesem Let's Hugo-Boy, das hat ja überall... Ja, ja. Digger. Ihr greift immer dann an, wenn wir nicht da sind. Ja, no joke, er geht immer lange rein. Ihr geht halt noch nie rein. Hallo, hallo, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hab grad Pizzateik gebacken, oh, naja, egal, gute Nacht. Hingestellt, kommt mal hierher, dann könnt ihr euch heilen lassen. Weg, bursten, weg, bursten, weg, bursten. Mandy, 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 Mandy. Ich spiel' nicht mehr mit dir, Hugo. Ich spiel' nicht mehr mit dir, Hugo. Mandy, ich spiel' nicht mehr mit dir. Digga, das ist krass. Soll'n auf Kars schweben bleiben. Der hat uns eins, drei geholt. Alter, what the fuck, Hugo steht einfach in den Song. Ich dachte, die hätte den geholt, wie seien die so scheiße. Nein, du musst sofort angreifen. Alter, ist das krass. Digga, Hugo, das ist wirklich... Wenn du... Wenn dein... Wenn dein Tablet kaputt gehen würde, und der Botch würde für dich weiterspielen, hätten wir unfassbar größere Chancen, als wenn du spielst. Das Game war respektlos. Du hast dich verpickt und dann hast du gefeedet. Ich pick extra Pam fürs Team, für Heilung und Hugo tritt auf mich. Ich spiel' Melody. Hä, ich werd gehackt? Habt ihr's gehört? So, ein Emote vom Gegner. Hugo, raus da, raus da, Hugo. Ja, ich versuch's, aber geht nicht. Halt ihn auf. Nice. Ich bin voll drin. Ultra-Damage und ich komm' sogar wieder. Turbo-Überzahl, ja, scheiß auf alles. Das haben wir ja so auseinandergenommen. Das war ja perfekt. Ich sitz' hier grad mit dem Eifer wie so'n Über-Loser. Ja, sorry, aber da bin ich einfach scheiße. Ich komm' wieder. Aber ist ein Tor, scheiße. Hab ich, hab ich... Ja, ist es? Nee, nee, ist es Tor, ist Tor. Ja, Hugo hatte einfach zu wenig Damage, schade. Ja, sorry. Wichtig, nicht angreifen, dann wisst ihr, wo du bist, Mann. Ich komm' wieder. Hier, Hugo, ich pass' zu dir. Ein Fass! Boah, nice try, aber der Scheider-Scheid. Macht er gut, der Spike, macht er richtig gut, der Spike, richtig gut. Der ist auch Mythic schon. Ey, 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 ey. Nicht werfen, oder nicht werfen. Die passen rüber, die sind Ronaldo und Messi. Die! Die Oli, die Oli war gut, glaub' ich. Das habt ihr, das habt ihr. Nice. Warum lässt du den Ball da liegen, Hugo? Das weiß ich nicht, ich hab' den nicht gesehen. Der war versteckt. Das ist crazy. Ich pass' zu dir rüber und dann machst du deine Melody-Action, okay? Jetzt! Pass rüber, Kevin! Was machst du? Gib Melody den Ball, gib Melody den Ball! Ja, 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 Hugo! Du bist durch den Ball gechargt! Ich bring' dich um! In-game. Melody jetzt, Melody rechts, geh mal rechts! Geh mal rechts jetzt, mach deine Ruhig! Zweimal, 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 weiter hinterher! Jetzt! Das ist das letzte Spiel gewesen. Double-Kill, wieder Double-Kill, jetzt bitte! Wie, Max, machst du das was? Nein, 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 mach einfach Pro. Am, 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 am. Digga, Hugo, du, 29.000 Damage ist respektlos. Und dann hast du was totes gemacht. Bro, ich spiel'n Tank und hab fünfmal so viel Damage. Ja, natürlich, hey, bist du dumm? Was lauerst du für einen Scheiß? Natürlich machst du als Tank mehr Damage. Als Tank macht man mehr Damage. Natürlich! Ich bin Diamond, völlig irren. Dann ist es so, als nächstescher Kind. Da ist es so, als nächstescher Kind.